Aber das junge Kalb hat jetzt gar nicht gewusst, wo das jetzt hier zuerst mal zu trinken soll. Das Öl ist zuerst da zu trinken. Und bei der Opa hat man ja gar nicht so hart gemacht, dass es nicht an dieser Tankstelle nichts gibt. Fristet dran mit. Anni probiert es jetzt dran wieder. Sie finden aber das schon raus. Sie haben nämlich schon rausgefunden. Also auf der linken Seite, wo wir jetzt gar noch stark waren. Schöner, radler, brüste, bessere Minktine ist, als überhaupt Minktine hat. Also die Tierfärderkollegen, die sind in den ersten Resten hier bei Hause, dass sie mit Bewusstsein dann sehen können, dass das junge Tier bei der richtigen Mama trinkt. Also nicht bei der Grossmann, sondern bei seiner Mutter. Ja, das passt wunderbar.